Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gäste, herzlich willkommen zu einem weiteren Swiss PropTech Interview. Heute mit Oliver Meyer von Storable, einem weiteren und neuen Member von Swiss PropTech. Oliver ist an der HSG momentan noch gerade eingestiegen, kann man sagen, in die Welt der Immobilienbranche. Das Team ist jung, dynamisch und voller Energien und sie haben die Absicht, die Lagerräume der Schweiz zu revolutionieren und zu digitalisieren. Wie das genau funktioniert, wird uns Oliver jetzt gleich erzählen. Oliver, sag uns doch mal, wer Storable ist und welches Kernproblem ihr löst. Gerne. Merci Lars für die Einladung heute. Vom Kontext her, Storable ist die zentrale Plattform für Lagerplatz. Es geht darum, wenn du als Privatperson oder kleines KMO Lagerraum suchst, dann hast du momentan die Wahl zwischen Lagerräumen und Lagerboxen, also die ganze Self-Storage-Industrie. Die Lagerräume sind über x verschiedene Plattformen verteilt, die man alle durchforsten müsste. Und die Lagerboxen sind sogar verfügbar nur auf den Webseiten der jeweiligen Anbieter. Das heisst, wenn du Lagerplatz suchst und eine fundierte Entscheidung treffen willst, müsstest du alleine in der Schweiz über 50 Webseiten durchsuchen. Und in ganz Europa sieht die Situation ähnlich aus. Also es ist ein bisschen wie der Hotelmarkt vor 20, 25 Jahren. Bei Storable kommst du auf die Plattform, gibst deine Adresse ein und siehst sofort, welche Lösungen es bei dir in der Nähe gibt. Das wurde eine klassische Plattformlösung, ein klassischer Plattformansatz für ein latentes Bedürfnis. Wieso seid ihr gerade jetzt auf dieses Problem gestorzen, respektive was hat das Nutzungspotenzial ausgelöst? Wir haben uns lustigerweise fast ein ganzes Jahr lang mit dem Lagerraummarkt der Schweiz auseinandergesetzt. Das mit dem Kontext, wir wollten Storable zuerst als Sharing Plattform für ungenutzte Fläche aufbauen. Haben dann festgestellt, hey mit dem Angebot geht das nicht ganz auf, ist nicht schnell genug, ist nicht günstig genug. Aber während der ganzen Marktresearch während dieses Jahres haben wir festgestellt, wie mühsam, dass es alleine für uns ist festzustellen, wo gibt es welchen Lagerplatz und wie unterscheiden sich die einzelnen Angebote. Das heisst in unserer eigenen Marktresearch für das andere Projekt haben wir festgestellt, hey da gibt es ein Problem. Dieses Problem können wir lösen. Sehr gut. Und ich finde, also ich zumindest aus meiner Sicht, habe also für einen Markt, was noch nicht gesehen, verschiedene Self-Storage-Anbieter gibt es schon in der Schweiz. Auch aus dem Ausland, aber diese Lösung habe ich noch nie gesehen. Dann stelle ich mir jetzt also vor, in meinem Mehrfamilienhaus habe ich dann künftig 50 Storable-Leute, die unten die Räume vermieten oder das ist nicht so. Oder wie sieht eure Kernzielgruppe aus, respektive was für Vorteile wollt ihr mit Storable-Leute euren Kunden ermöglichen? Ja, genau. Unsere Kunden sind eigentlich zweiseitig. Auf der einen Seite haben wir die Anbieter. Wenn du ein Mehrfamilienhaus hast, das Ganze gehört dir. Und dann sagen wir, nur die Hälfte davon will Kellerabteile oder das macht einfach nur Sinn. Und dann hast du unten in deiner Immobilie noch 50 Kellerabteile frei. Diese könnten dann separat vermietet werden. Wir haben jetzt bereits grosse Immobilienanbieter, die Disporäume haben und diese dann via uns vermieten wollen. Das ist die eine Seite der Anbieter. Habt ihr hier bei diesen neuen Räumen, habt ihr dann spezielle Zugungssysteme? Also wie kommen die Leute da rein in die Gebäude? Das sind separate Schlüssel. Separate Schlüssel. Wie wenn dein Wohnungsschlüssel über die Haustür unten geht und die Wohnung und das Kellerabteil, hast du dann einfach Kellerabteil und die. Ah, okay. Also da gibt es kein Problem. Läume. Okay, kein Problem mit Sicherheit und so weiter. Überhaupt. Und ein Großteil unserer Anbieter sind dann die Self-Storage-Boxen. Und die haben sowieso eigene Zugangssysteme, teilweise elektronisch, teilweise mit separatem Schlüssel. Da ist Sicherheit dann sowieso gewährleistet. Also die Mehrfamilien, die privaten Mehrfamilien, also ist ein kleiner Teil an eurer Kundschaft. Ganz genau. Ein Großteil ist, wir machen es einfach zu finden, was für Self-Storage-Schlüssel es gibt. Und damit wir tatsächlich ein umfassendes Angebot bieten können, zeigen wir, was für Lagerräume gibt es überhaupt. Wir haben dann wirklich flächendeckend überall ein Angebot. Super, also gut, okay. Ich meinte, der eine Vorteil liegt auf der Hand, oder? Ich habe genutze Fläche, die der Leerkosten, also wo Kosten entstehen, weil ich sie nicht nutzen kann. Also habt ihr sicher finanzielle Vorteile, wenn ich eure Lösung nutze? Was habt ihr weitere Vorteile, die entstehen? Ja. Finanziell kann ich auch noch ergänzen, unser Pricing ist an der Performance orientiert. Sprich, wir verdienen, wenn wir einen finanziellen Mehrwert für unsere Partner schaffen. Der andere Vorteil für die Anbieter ist klar, du kannst dein Angebot den Leuten zeigen, die es tatsächlich brauchen. Bei uns sind die Leute, die effektiv Lagerplatz brauchen. Wir sehen ab jetzt bereits mit unseren Partnern die Conversion, die wir haben von den Leuten, die wir weiterleiten, ist signifikant höher, als was du zum Beispiel hast, wenn du Google-Bewertungen schaltest. Außerdem können wir ziemlich cool zur Marken-Awareness beitragen, weil wir haben teilweise Leute, die einfach wissen wollen, hey, was gibt es bei mir in der Nähe? Dann lernen sie dich kennen als Anbieter und buchen dann später. Okay, sehr gut. Das ist doch schon mal sehr, sehr spannend. Das heißt, die Nutzer sind aber weit, die Nutzer können Privatkunden sein, aber auch Geschäftskunden, die bei euch Lagerraum suchen. Genau, aktuell sind es vor allem Privatpersonen und kleinere Carmos, die wir mit dem Angebot abdecken können. Die Querbler haben wir klar im Auge. Da werden wir in naher Zukunft sicher ein Angebot aufbauen. Inwieweit wir den Fokus wegschiften von Privatpersonen und Carmos, das werden wir dann laufen sehen. Aktuell sind sicher Privatpersonen und kleinere Carmos bei uns am richtigen Ort. Das ist wieder einmal ein PropTech, das auch eine B2C-Komponente hat. Das sehen wir in der Regel nicht. Ja, genau. Jetzt, ich habe es gesagt, ihr habt ein Jahr geforscht zu Research-Betrieben. Jetzt seid ihr seit, wenn ich mich richtig erinnere, letzten Jahr auf dem Markt ungefähr, oder? Mit aktuellen Lösungen seit Anfang Februar, ja. Seit Anfang Februar. Wie wird die Lösung im Markt angenommen? Wie ist das echt schon darauf? Gut. Gut, also wirklich, das macht wirklich Spass. Wir haben jetzt seit Februar circa 30% aller Self-Storage-Locations bei uns auf die Plattform gewollt, als Partner. Da Tendenz stark steigend. Wir haben auch extrem positives Feedback von den ganzen Immobilienverwaltern oder Besitzern erhalten, die da grossflächig für alle ihre Objekte etwas ausschreiben wollen. Wir starten jetzt in naher Zukunft ein Pilotprojekt mit einem sehr, sehr grossen Verwalter, damit wir da die einzelnen Räume ausschreiben können. Zusätzlich werden auch positives Feedback von anderen Plattformen im Bereich von Zusammenarbeit. Also, es macht wirklich Spass momentan. Es ist sehr cool, zu sehen, wie das Ganze so schnell wächst. Schön, schön zu sehen, wenn es läuft. Schön zu sehen, dass eine neue Innovation im Markt so gut ankommt. Jetzt kann es ja nicht immer rosig sein. Wir wissen, dass es alles gibt, auch Tage, wo es regnet. Was sind die Hemmnisse? Wieso funktioniert es nicht? Was sind die Gründe, wieso die Leute sagen, nein, kein Interesse, oder nein, wir möchten nicht mit euch zusammenarbeiten? Die häufigste Antwort, die wir da kriegen, ist, hey, wir sind voll. Es ist effektiv so, die Nachfrage nach diesen Lagerboxen ist teilweise extrem gross, ist mega spannend. Und für uns natürlich, jemanden auszuschreiben, der voll ist und Links weiterzugeben, für jemand, der keine Angebote mehr hat, das macht nur bedingt Sinn. Da haben wir auch volles Verständnis. In dem Bereich sind wir gerade am entwickeln, wie können wir dir trotzdem helfen, wenn du voll bist. Da sind wir jetzt am überlegen, machen wir eine E-Mail-Liste, dass die Leute informiert werden, wenn wieder etwas frei ist. Oder sollen wir einfach kommunizieren, hey, da ist gerade voll, weil viele Anbieter kriegen laufend Kontaktanfragen, müssen dann laufend trotzdem wieder mit Manpower und Halt diese Absagen machen. Sprich, da würden wir einen Mehrwert schaffen, wenn wir sagen, hey, trag dich mal ein, aber schreib noch nicht. Da sind wir gerade am Experimentieren. Also ihr habt auch eine Datenbank von Interessenten, die sagen, wenn es etwas frei gibt, dann möchte ich bitte kontaktiert werden. In nahe Zukunft ganz gerne. In nahe Zukunft, super. Gut, eine Frage, die wir so jetzt nicht in dieser Form vorab diskutiert haben, aber zu euch. Ihr seid jetzt ja ein junges Team, oder? Studiert noch oder habt ihr gerade frisch fertig studiert? Wie ist das Team aufgestellt? Wie seid ihr als Unternehmen aufgestellt? Wir sind zu viert und die Zusammenarbeit macht mega Spass. Also das Projekt, das ich vorher erwähnt habe, diese Sharing-Cloud-Form, die haben wir schon zu viert zusammen aufgebaut. Also da haben wir uns jetzt ein Jahr wirklich intensiv kennengelernt. Und ich weiss ganz genau, hey, wenn ich im Bereich mit Kunden ein Problem habe, dann rufe ich Alessio an. Wenn ich etwas zu Alessio wissen will, dann gebe ich ja dein Telefon. Sprich, wir könnten uns jetzt wirklich über dieses Jahr als Team finden. Und es ist ein ganzes Jahr, du machst natürlich viele Höhen durch, du machst viele Teams gemeinsam durch. Wir wissen, wir bleiben als Team zusammen und es ist sicher die optimale Voraussetzung, um jetzt dieses Modell, das wir seit Februar betreiben, erfolgreich umsetzen zu können. Sehr gut. Also die Frage auf dem Team ist auch aus Sicht eines Investors, der in Startups investiert, essentiell. Wir haben in der Studie, die gemeinsam mit der Credit Suisse erstellt, mit dem Swiss Property Report, im 21 die Erfolgsfaktoren abgefragt. Da war der erste Erfolgsfaktor, der konnte nutzen, macht Sinn, auch wenn man nicht oft daran denkt. Die zweite nutzt das Team und die dritte nutzt die Skalierbarkeit. Das Team muss stimmen, damit es weitergeht. Und ihr seid ja jetzt gerade noch im Abschluss einer Finanzierungsrunde. Wenige Tickets sind noch vorhanden, erzähl mir kurz dazu was. Und dann sagen wir vor allem auch, wie die Roadmap von Storable aus sieht kurz, mittel und langfristig. Ja, sehr gerne. Aktuell sind wir effektiv im Endspurt unserer Finanzierungsrunde. Wir brauchen 300.000 Franken, mit dem Geld können wir unseren Service in der ganzen Schweiz etablieren. Und bereits erste Expansionen im Dachraum vornehmen. Da können wir sogar über die Landesgrenzen hinaus. Und davon haben wir jetzt schon 75.000 Fixed Committed. Wir befinden uns in der Due Diligence über weitere 175.000. Sprich, es geht jetzt uns vor allem darum, die letzten paar Tickets so smart wie möglich füllen zu können. Und dass wir wirklich Leute ins Boot holen können, die uns helfen, diesen Service dann weiterzubringen. Und bezüglich Roadmap ist klar, das Ganze wollen wir in der Schweiz etablieren. Dann, wir haben die klare Vision, Storable Europa. Sprich, wir sehen den Markt nicht für diese Plattform in ganz Europa. Und wenn wir dann noch einen Schritt weiterdenken, was wir zum Beispiel in den USA gesehen haben, da ist auch gleich entstanden, Plattform zuerst und dann immer mehr Services auch für die Anbieter. Also, am Schluss entwickelt sich diese Plattform in Richtung End-to-End-Lösung am ganzen Markt für Lagerplatz. Und dann können wir nicht nur in diese Richtung wachsen, sondern können wir auch noch wachsen, durch das, dass wir das Angebot erweitern. Zum Beispiel, jetzt haben wir Lagerräume und Lagerboxen. Die Lösung, die wir anbieten, sollte auch anwendbar sein, auch zum Beispiel Lager für Wohnmobile, Lager für Boote, Archivlösungen, bis zu einem gewissen Grad dann auch Logistik-Things-Leistungen. Sprich, wir können in sehr viele Richtungen und vor allem auch geografisch das Ganze skalieren. Und also diese Vision macht uns auch als Team extrem viel Spass, wenn wir sehen, hey, es gibt so viele Wachstumschancen. Mit Blick in die USA, das hat da super funktioniert. Die Anbieter, die das so gemacht haben, da sind da riesig. Entsprechend mega exciting, dass es in Europa das Ganze so noch nicht gibt. Und für uns als Riesenchance. Also, very excited to do that. Sehr gut. Und man spürt den Hunger und man spürt die Lust, die aus dem Tag lebt. Eine kurze Anschlussfrage jetzt gerade zu möglichen Expansionsplänen. In den nächsten Jahren habt ihr das Potenzial in, sagen wir mal, im Dachraum in Europa schon geprüft, abgeschätzt? Sind wir laufend dran. Wir wissen zum Beispiel, dass ca. 51% der Anbieter im ganzen Dachraum haben wenige Standorte und sind technisch nicht so perversiert. Sprich, unser System könnte tatsächlich verwendet werden, um die Boxen sogar zu verwalten. Wir würden da teilweise eine Excel-Liste ersetzen. Und dann machen wir so Online-Buchen möglich. Also extrem spannend, wie wir uns da bewegen können. Wir wissen, es gibt noch keine Plattform, die ein umfassendes Angebot hat in ganz Europa. Entsprechend deren Nied ist sicher da. Bis zu welchem Grad die Leute das Ganze dann akzeptieren wollen, klären wir gerade ab. Also wir sind buchstäblich mitten in der Forschung, machen Telefone nach Deutschland, fragen die kleinen Anbieter da, ey, würdet ihr das Ganze so nutzen? Klären wir den grossen Anbietern ab, würdet ihr das Ganze so nutzen? Und dann, wir haben unser Auge auch auf den anderen europäischen Märkten, Holland. Holland spannenderweise zum Beispiel sehr spannend mit Self-Storage. UK natürlich der grösste Markt in ganz Europa. Entsprechend, wir wissen, wo welches Potential da ist und haben klar eine, um genau zu sein, 6 definierte Hypothesen, die wir gerade überprüfen. Ja, ja, gut. Okay, also wir werden uns sicherlich eure Reise genau anschauen und uns wundern und fragen und hoffen, dass es erfolgreich wird. Gut, ihr seid kürzlich Sys-Proptik-Mitglied geworden und jetzt möchte ich Sie noch bitten, sagen wir, wieso ihr Sys-Proptik-Mitglied geworden seid, was ihr hofft und was ihr auch sucht bei Sys-Proptik. Es läuft Sinn, wir sind beigetreten, weil wir verstehen uns aus Proptik. Es war immer ein bisschen die Frage, in welcher Branche seid ihr? Sind wir in der Lagerbranche, sind wir in der Immobilienbranche, sind wir in der einzigen Plattformen, Tech-Branche? Aber am Schluss, wir bringen Innovation und Technologie in den Immobilienmarkt und Immobilien dann nochmal nischiger in den expliziten Lagerraum Immobilienmarkt. Und die Hypothese war da, hey, Swiss-Proptik, da sind wir am richtigen Ort. Potenziell können wir da Partner finden, aber auch Guidance, Guidance von Leuten, die erfahrener sind oder Leute, die bereits erfolgreich ein Proptik aufgebaut haben. Und coolerweise, die Hypothese hat sich effektiv bestätigt. Lars, wir haben uns ja persönlich am Event in Zürich noch kennengelernt, nachdem wir telefoniert haben. Und an dem Event selbst konnte ich super Kontakte knüpfen. Also es war genial, wie offen die Member des Verbands waren, um auch zusammenarbeiten mit uns zu besprechen. Ich hatte bereits das erste Follow-up mit jemandem, mit dem ich da im Event gesprochen habe. Und wir sind jetzt in der Finalisierung der Zusammenarbeit in dem Bereich. Also für uns geniale Chance, mit grossen Plänen zusammenarbeiten zu können. Sehr gut, ein Bilderbuch-Case. Das freut uns natürlich hervorragend und freut uns ganz fest, dass die Vernetzung, die wir uns wünschen für unsere Mitglieder und die wir predigen, in diesem Fall sehr gut funktioniert hat. Gut, lieber Oliver, ich danke dir für deine Rede und Antwort von meinen Fragen. Ich danke dir auch, dass ihr bei uns mit dabei seid. Es war sehr spannend, ein neues Feld, das ihr bedient, ein neues Potenzial, das ihr offenlegt. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Ich freue mich sehr auf den nächsten Event mit euch in Zürich oder wo wir dann sind. Und Ihnen, liebe Gäste, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, möchte ich danken, dass sie uns heute zugehört haben. Ich möchte Sie auffordern, wenn Sie das Thema interessiert, mit dem Team von Storable in Kontakt zu treten. Vielleicht für ein Investment, vielleicht für eine Zusammenarbeit. Und ich wünsche Ihnen nun einen schönen Tag. Liebe Oliver, erneut herzlichen Dank. Besten Dank und bis zum nächsten Swiss-Proptik-Interview. Merci, Jörg. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020